genommen was haben wir hier was können wir hier noch machen dann würde ich sagen wir machen hier mal das hier, oder? so, ein bisschen Hünfer bessern bei Holz, was sollen wir da machen? ah, da würde ich mal gerne was ausprobieren vorder tape das würde ich mal gerne was ausprobieren da ist absolut gar nichts zu machen voller fehl nope kann ich nicht benutzen hmmm Schleifstein so das werden wir uns dann hier was wir aber nicht machen können ok da kann wir auch nichts machen, richtig das lasse ich aber und da haben wir auch alles ja so, ok dann wäre das schon mal anledigt dann wäre das schon mal anledigt und wir speichern ähm ähm bleibt nur noch die Frage warum ich immer noch so viele Gewichten habe wo es herkommt Bekleidung haben wir ja alles abgelehnt außer die Sachen, die ich auch weiß wir könnten natürlich klagen das brauchen wir nicht deswegen legen wir das ab ähm, ne das verkaufen wir das und dann verkaufen wir einfach alles und dann verkaufen wir einfach alles warum nicht wir können es einfach wir müssen einfach dann ewiger schmieren und dann ja komm verkaufen wir es einfach das aber nicht das äh das würde ich irgendwo gerne ablegen wo ich weiß, dass ich das halt da brauchen werde ähm ähm ja, äh legen wir es einfach hier ab oder? hm ich weiß nicht hm 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 ja ganz sagen verteilen und dann suchen wo sowas ist das finde ich blöd deswegen überlege ich gerade ob ich das einfach nicht ein ähm ja scheiße drauf neb ich das hier rein Bekleidung ablegen so Waffen vielleicht noch was gut 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 dann was soll ich mit dem Keller? die lauter kann weg aber schwere Sachen haben wir da jetzt nicht mehr so okay gehen wir noch ein bisschen schlafen und dann zu einem Pferdkollfer 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 Verkäufer kann ich auch einen Dämmerstein finden eigentlich ähm der die deswegen machen wir das mal feuchtemmaßen wir gehen da hin dann gehen wir so ich kann euch zu jeder wohin soll es gehen Dämmerstein und hops habt ihr schon mal diese katzen getroffen oder so nennen sie sich ja sind ganz lustige so jetzt können wir uns eigentlich auf das haupt wesentliche konzentrieren zwar unseren dass sie ihn auch mal und so bisweilen kam ja nicht wirklich dazu war ja vorher nicht dann auch das habe ich durch die markt gemacht ja nein ich brauche ich muss woanders hin was ist ausgerüstet der bogen vielleicht kann ich jetzt hier noch die rüstung verkaufen und dann wo ist denn der tipp wo ist denn der was braucht ihr werfen verkaufen ihr braucht etwas was braucht ihr ihr ja ok moment ich mach mich aus dem staub komm her drache und drache drache jetzt wir sind keine soldaten mehr bringt die marken dieser unterhaltsspieler für wir sind stolz auf seine dienstzeit die armee hat uns treu gewehrt und wir sind dämmerstern treu ergeben ja bim 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 das ist nicht gut heilung heilung ph pick im hohen noch eine weitere drohenInnen Ich kann es nicht so lecken, ne? Ich hätte es noch nicht so lecken würde Ich werde es kommen So, Moment So, probieren wir es nochmal Na, okay Ja, werf deinen Blick drauf So, Bekleidung war das Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier Okay, das war's 5000 Gold haben wir Oh, what the fuck Ähm, hm, hm, hm Was haben wir, was können wir schönes kaufen Wow Wow Das sind schöne Pfeiler In der Tat Was haben wir hier Ja, gut, das... Ha, 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 ha Ist ja witzig Ist ja witzig Moment, was war das? Unnötig Nein Ich suche was anderes Hm 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 Ne Das können wir halt noch machen, aber das war's auch Mhm, bis zum nächsten Mal Ja, bis zum nächsten Mal Vielleicht auch gerade mal Neue Stufe Ich gehe weiterhin auf Gesundheit Und würde sagen, Schließkunst machen wir mal Bam So, jetzt speichern wir das mal So, jetzt speichern wir das mal So, jetzt speichern wir das mal Ein Pfeil Der ich dich geben kann Ich bin wirklich nicht in der Stimmung Tragt euer An... Lasst mich raten Dieser jemand ist mein so genannter Ehemann Leigelf Ja, das weiß ich mir eigentlich Die Gegenseitigkeit Ich bin beschäftigt Und ihr belästigt mich Verschwindet Alter, ich ja gut, ich ja gut Ich muss ja nicht gleich so... So, hm, hm Ganz gerissen Hat die noch irgendwas Für Minuten, oder? Uh... Ach, stimmt ja, wir brauchen die Dresche Wir brauchen unbedingt die Dresche Weitere das Haus, wo ist denn das? Wo ist denn ihr Haus? Nein, das ist nicht ihr Haus Nein, das ist nicht ihr Haus Das ist ihr Haus Das ist ihr Haus So... Was haben wir denn noch? Na gut, den Rest brauchen wir nicht Na gut, den Rest brauchen wir nicht Das war, äh... Opfer Nummer 1 Äh... Für beide... Okay... Und der ist wo? Hier irgendwo Da geh ich mir mal hin Da geh ich mir mal hin Da geh ich mir mal hin So, auch meine Charakter Von außen zeigen, das müssen ja auch mal sein Im Übrigen können wir mal, äh... Zaubertränke Äh... Das brauche ich nicht Ich brauche irgendwas Ja, steigen nicht So... Und ich brauche noch einen Drang Der das... So... Und jetzt wird gerammt Und jetzt wird das Döhm... 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 verschneit aber entschuldige Serta Moment, ich will die Ziege Die Ziege Wow Was mit dem, Alter? Alter Ort Ein guter Tod? Warum wollt ihr sterben? Meine Zeit ist gekommen Ich bin alt Zu alt, um noch Häuptling zu werden Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen Also werde ich sterben Malakad hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen Ein guter Tod? Ja Würde ich mich einfach hinlegen und sterben Würde es Malakad nicht gefallen Vielleicht könnte ich euch zu einem langen Rücken halten Seid ihr euch da sicher? Oh ja, ich bin sicher Wir werden sehen Was macht denn da schönes Stahl? Na Das war aber auch alles sehr gut sehr gut so jetzt heilen wir uns mal kurz und nehmen den bogen und wo ist unser opfer noch weiter oben das nächste Ziel kann man sagen so haben wir wieder eine gute Tag mit vollbracht mit unseren Fähigkeiten die wir so können du willst nicht weg sein okay Alter! Ich... ... in den Bauch... ... so... ... so... ... so... ... so... ... so... ... wo ich doch die Gräser kaufen kann, oder? Moment... ... das war erledigt... ... dann... ... Naki... ... Naki befindet sich... ... unten... ... hier... ... hier wollen wir hin... ... und was ist am nächsten... ... von Helden... ... auf nach Helden... ... das wird aber ein langer... ... Spaziergang... ... so... ... so... ... wir sind jetzt... ... in die Richtung... ... oder? ... ... und weiter geht's... ... es wird dunkel wie sehr... ... ... ...